Musik 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 Mehrwallenüsse sind eine ganz eigene Ordnung, das heißt eine eigene Gruppe von Tieren, die mit keinem anderen Meereslebewesen jetzt enger verwandt sind, schauen optisch aus wie Qualen, schwimmen auch frei, unterscheiden sich von ihnen, dass sie keine Tentakeln mit Nesselzellen haben, bei manchen haben nur die Larvententakel, bei manchen haben auch die Erwachsenentiere so Tentakel, aber das Besondere ist dieser Wimpernkranz, mit dem sie sich fortbewegen, das geht im Körper ein paar Reihen runter, so kleine Wimpern, die sich bewegen und die im Dunkeln auch leuchten. Man nennt das Biolumineszenz, das ist ein Leuchten, das durch Bakterien verursacht wird. Warum das ist, kann man nicht sagen, manche locken damit Nahrungstiere an, andere schrecken damit auch Feinde ab, also das ist weniger forschbar, aber man weiß, sie können es und das schaut wunderbar aus. Ja, das Besondere daran ist, dass sie bis jetzt nur ein einziges Mal gezüchtet wurden, also in einem anderen Haus in den USA, im Mont-Europäer-Aquarium, die sind Spezialisten, die wissen, wie man diese Meerwallnüsse, die zu den Rippenquallen gehören, vermehrt, aber unsere Leute, die sehr gute Quallenzüchter sind, haben Kontakt aufgenommen zu ihnen, haben Informationen ausgetauscht und konnten eben so die Details erfahren, wie man diese interessanten und relativ unbekannten Meereslebewesen vermehren kann, haben hier Spezialanlagen gebaut und konnten schlussendlich vor einigen Wochen erstmals diese Tiere nachzüchten als zweites Aquarium weltweit.